Hallo liebe Tennis-Freunde und Sportbegeisterte draußen im Land. Ich freue mich heute, euch über ein sportliches Highlight Infos geben zu können, und zwar einem Tennis-Weltranglistenturnier in Usla. 15.000 Dollar Preisgeld werden ausgelobt, und zwar heißt das Turnier Bike Leasing Open. Wir erwarten Profis aus der Weltrangliste und auch junge Talente, die Profis werden wollen, die einfach ihre Weltranglistenpunkte aufbessern wollen. Ein Highlight hier in der Region, was wir noch nie hatten. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass wir mit Göttingen TV einen Medienpartner an der Seite haben, der auch einschließend über dieses große Event berichten wird. Und wir werden ab sofort oder demnächst auf den einschließenden Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube euch ständig informieren über den Fortschritt der Planung. Wir würden uns freuen, möglichst viele von euch mit dieser Information so begeistert zu haben, dass ihr im Juli vom 17. bis 23. im Sommer in den Ferien nach Usla kommt und euch guten Sport anschauen könnt. Wir zählen auf euch. Wir sind 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 auf euch.